Mein Name ist Ulrike Fechner, ich bin 27 Jahre alt, hier in der Lorenz Snack World als Trainee Produktionsmanagement eingestiegen und habe vorher Maschinenbau studiert. Besonders hat mich angesprochen bei dem Trainee-Programm, dass es international war. Ich war also nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in Polen. Die Produkte von Lorenz waren auch eine Entscheidung für mich, bei Lorenz anzufangen, weil es sind einfach bekannte Markenprodukte. Bei Lorenz als Arbeitgeber gefällt mir besonders, dass ich von Anfang an Verantwortung übernehmen konnte für meine Projekte, dass hier Teamarbeit sehr gefordert wird, dass ich ernst genommen wurde, also nicht nur Trainee im Sinne von Praktikant, sondern wirklich, man hat Verantwortung für das, was man tut. Während meines Trainee-Programms habe ich alle Bereiche, die mit der Produktion zusammenhängen, direkt zusammenhängen, kennengelernt und angrenzende Bereiche, wie zum Beispiel die Logistik, das Qualitätsmanagement oder das Kartoffelmanagement. Fachlich habe ich den kompletten Prozess kennengelernt, wie stellen wir Chips her, wie stellen wir Stapelchips her. Ich habe sehr viel gelernt über Mitarbeiterführung, einfach aus dem Grund, es gibt immer Thematiken, die man gemeinsam bearbeiten muss und auch in meiner späteren Aufgabe ist es wichtig, die Mitarbeiter zu kennen und dann auch schnell Lösungen zu finden. Das Arbeitsklima bei Lorenz ist sehr offen und tolerant. Jeder Mitarbeiter wird gehört, man kann seine Meinung sagen und sie wird auch akzeptiert. Der klassische nächste Schritt wäre die Übernahme der Linienleitung. Das bedeutet, man übernimmt die Verantwortung für eine Produktionslinie und sorgt dafür, dass alles bestens läuft. Das Trainee-Programm bei Lorenz bietet einem sehr viele Möglichkeiten, sich fachlich weiterzuentwickeln, auch internationale Kontakte zu pflegen und neue Sichtweisen kennenzulernen. Man wird weitergebildet, also nicht nur fachlich, sondern auch Sozialkompetenzen und man wird von allen Seiten jeden Tag unterstützt. Also ich kann das Trainee-Programm nur empfehlen.